Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück, wo ihr alle News, alle wichtigen Sachen und alles Interessante bekommt, was in der Gaming-Welt passiert. Manchmal etwas unregelmäßig und manchmal positiv und manchmal negativ und manchmal berichten wir über den Scam bei Tarkov, manchmal über den Scam bei Activision und eigentlich, wenn man ehrlich ist, wird man als Gamer mittlerweile nur noch ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Die Games kosten Geld, dann kostet der Online-Service-Geld, das ist bei Microsoft genauso wie bei Playstation dazu, was früher auch so extrem nicht war. Dann braucht ihr noch richtige Hardware für das Ganze, dann sollt ihr DLCs kaufen, die extra kosten, Bettepässe kaufen, Season-Pässe kaufen, Skins kaufen, Handschuhe kaufen, Waffenaufsätze kaufen, Munitionskarten kaufen, zusätzliche Karten kaufen und wenn ihr das habt, habt ihr ein Game fertig, habt 300 Euro ausgegeben und könnt zum nächsten Game gehen. So läuft nicht nur die Gaming-Welt per se, sondern vor allem Call of Duty mittlerweile. Jetzt kommt aber etwas, wo Treyarch-Fanboys wie ich sehr schwach werden und ich werde euch etwas zeigen und ich möchte, dass wenn ihr Männer seid, ihr dafür sorgt, dass ihr nicht zu nah mit eurer Hüfte, eurem Schoß am Schreibtisch sitzt und wenn ihr Damen seid, sorgt dafür, dass die Männer bei euch zu Hause sicher sitzen. Es kommt etwas, auf das wir lange gewartet haben und wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich es euch zeigen darf. Oh, fertig. Das, meine Damen und Herren, ist das etwas überarbeitete Logo von Black Ops. Hier sieht es aus wie Black Ops 5, es hätte gepasst. Scheinbar wird es aber Black Ops 6 heißen. Microsoft hat Activision übernommen und im Zuge vom Xbox Games Showcase, was am 9. Juni stattfindet, wird Black Ops 5 oder 6, es ist nicht ganz sicher, wie es am Ende heißt, tatsächlich vorgestellt. Und dazu ganz viele Sachen, die mich interessieren, die euch vielleicht auch interessieren. Direkt im Anschluss an das Xbox Showcase und das ist das erste Mal seit, ich glaube, Advanced Warfare tatsächlich, dass wir ein Call of Duty bei Xbox direkt vorgestellt sehen. Der Exclusive Deal, den wir hatten, ist mit MB3 ausgelaufen, der ist vorbei, gibt es nicht mehr. Microsoft owned Activision, Microsoft owned die Call of Duty Serie und deswegen kann Microsoft das Ganze auch zuallererst präsentieren. Nach der Showcase am 9. Juni werden sie es direkt danach präsentieren und werden erste Einblicke geben in, wie heißt es offiziell, wie wird es sein und und und. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch nicht viele Infos bekommen, aber die ersten, worauf wir ja alle so ein bisschen warten, denn, seien wir ehrlich, Modern Warfare 3 ist ein COD, an was sich niemand lange erinnern wird. Es ist nicht so katastrophal gewesen wie MW2, aber es war halt auch einfach nicht gut. Es war einfach nur ein COD, mit dem man mal wieder es geschafft hat, irgendwie ein Jahr zu überbrücken. Schäppi persönlich hat es geschafft, bis zur letzten Tarnung zu überbrücken und hat es dann auch nicht mehr wirklich angefasst, weil ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 33, ich fühle mich noch nicht als Opa. Ich kann in jeder Multiplayer-Runde in den High-Skill-Brackets mithalten, ich habe aber einfach keine Lust mehr darauf. Ich habe keine Lust mehr auf das Matchmaking, ich habe keine Lust mehr auf Mikrotransaktionen und all diese Sachen werden mit dem neuen Black Ops auch kommen, aber es ist ein Black Ops-Teil und kein Modern Warfare-Teil und deswegen freue ich mich. Jetzt weiß ich, dass viele wieder kommentieren werden, es wird SBMM haben und was soll der Hype und hier hypt gar keiner was, Klaus, okay? Setz dich hin und trink deine Milch. Hier hypt niemand irgendwas, ich bin ein Treyarch-Fanboy und freue mich, dass wir nach Jahren der Abstinenz von Treyarch wieder ein Treyarch-COD bekommen. Das letzte richtige Treyarch-COD, das richtige, also ein COD, was die wirklich von Anfang bis Ende in Ruhe entwickeln konnten, war nicht Cooled War, war nicht Black Ops 4, da mussten sie ja Blackout reinhauen, was heute immer noch besser ist als Warzone, sondern Black Ops 3. Guckt mal bei Google, wann Black Ops 3 released wurde und dann wisst ihr, warum jemand wie ich, der Black Ops-Teile viel mehr feiert als diese Drecks-Milch-Sim-MW-Teile, sich so sehr freut, dass wir das erste Mal seit vielen, vielen Jahren ein Black Ops-Teil von Treyarch bekommen, an dem die vom ersten Tag bis zum letzten Tag ununterbrochen arbeiten konnten. Das bedeutet aber auch, es gibt keine Entschuldigung dieses Jahr, wenn von Anfang an das Game wieder nicht funktioniert, Game-Breaking-Bugs dabei sind und, 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 und. All diese Sachen können nicht auf Dauer darüber hinwegtünschen, dass wir SWMM haben und all diese Scheiße, die mich nervt und von dieser Franchise wegzieht. Aber, Treyarch-Fanboys, vereinigt euch, wir werden ein neues Black Ops bekommen. Diese Zeichnung, die ihr gesehen habt, hat ja Black Ops 5 drauf. Ich persönlich hätte gedacht, sie nennt es Black Ops 5, weil, wenn man es ganz genau nimmt, wäre es falsch, aber wir haben Black Ops 1, 2, 3, 4, wir hatten Black Ops Cold War, was halt nicht Black Ops 5 gehießen hat, und dann habe ich gedacht, dann könnte man Black Ops 5 draus machen. Oder, wenn man Cold War als Teil 5 sieht, könnte man Black Ops 6 nennen. Das Problem ist, World at War war der Beginn der Black Ops-Reihe von Treyarch, was bedeutet, wir wären bei Black Ops 7. Also, keine Ahnung, ob es Black Ops 5 heißt oder 6 heißt. Was man auf dem Bild sieht, ist ein dreiköpfiger Cerberus. Ich zeige es euch nochmal. Das hier, 1, 2, 3, 3 Köpfe, Cerberus, und das passt deswegen, denn der Codename von Black Ops, wie auch immer es heißt, war von Anfang bis Ende Cerberus. Das heißt, es ist eine Anspielung auf das Ganze, dahinter sieht man einen Dome. Und das hier, was hier gemalt ist sozusagen und eingefügt, haben wir alle gemacht, um zu gucken, ob es passen würde. Das hier würde überall passen, aber wir haben mittlerweile die Info bekommen, es soll wohl nicht Black Ops 5 heißen. Und lange haben wir gedacht, es wäre Black Ops Gulf War. Es soll ja ein Call of Duty in Zeiten des Golfkrieges spielen, was mega cool ist, weil das einfach sehr viele Waffenoptionen anbietet. Es sind Referenzen in Modern Warfare 3 gefunden worden für unter anderem in dieser Season die STG 44, was eine Hommage an die Golfkriegszeit sein wird. Was ebenfalls mit Warzone zusammen Daten hat, die an Call of Duty, Black Ops, wie auch immer es heißt, anlehnen werden. Das heißt, wir werden in den nächsten 1-2 Seasons einen Switch sehen von Waffen, so wie Frank Woods, der als Operator jetzt schon in Warzone geleakt wurde, die wir höchstwahrscheinlich als Vorbestellerbonus oder ähnliches bekommen, kaufen können, spielen können. Und dann wird es einen flüssigen Übergang geben zwischen Warzone MB3 und Warzone Black Ops, wie auch immer es heißt. Warum freue ich mich tatsächlich darüber? Der einzige Grund ist, dass Treyarch-CODs mich noch nie enttäuscht haben. Und selbst ein Treyarch-COD wie Cold War, was auch SBMM hatte, so wie MB2 und MB3, hatte ich durch den Gameflow des Games, durch die Spielmechaniken, obwohl Cold War vieles war, aber kein fertig ausgereiftes COD. Das wurde ja von Sledgehammer übernommen durch Treyarch, weil Sledgehammer nicht zurechtkam mit Raven-Software, war das damals, glaube ich. War es trotzdem ein Game, was mich monatelang gefesselt hat, was Spaß gemacht hat. Ihr seht es auch ein bisschen im Hintergrund. Ich bin Treyarch-Fanboy, David von der Haar ist nicht mehr dabei, er macht sein eigenes Projekt, was mega schade ist, denn all der Erfolg hinter Black Ops 2 und Black Ops 3, was ohne große Diskussion zu den besten CODs aller Zeiten gehört, sind aufgrund des Masterminds David von der Haar entstanden. Andere Leute haben den Posten eingenommen und ich freue mich sehr auf den Reveal in vier Wochen. Ich hoffe, dass wir ein gutes COD bekommen. Die nächsten vier Wochen bis zum Xbox-Showcase werden wir mit Sicherheit noch viele Infos bekommen. Und was wir auch machen werden, Marcel und ich haben darüber gesprochen, ihr wisst, OMGN, Nagel Neue Controller, es wird Zeit für einen neuen Controller, für ein neues COD. Wir werden, sobald wir wissen, wie es offiziell heißt, einen absolut unikaten Black Ops 5 oder 6 Controller herstellen, den ihr dann erwerben könnt, so dass wir alle, ich werde mir auf jeden Fall einen zusammenstellen lassen, zum nächsten Black Ops-Teil richtig reinsuchten können. Ich freue mich auf die Mastery-Tarnung, ich freue mich auf das, was sie im Golfkrieg als Epos, als Zeit mit reinfügen. Und unabhängig davon, dass ich es wahrscheinlich nicht ein Jahr spielen werde und viel Kritik auch haben werde, Black Ops-Teile und COD-Teile von Treyarch sind für mich persönlich immer etwas Besonderes, wo ich mich persönlich immer darauf freue, während die Modern Warfare und Sledgehammer Drecks-Teile etwas ist, wo ich einfach immer das irgendwie überstehe und darauf warte, dass was Neues kommt. Also, neue Infos werdet ihr absolut bekommen von mir. Morgen ab 19 Uhr werdet ihr bei mir auf dem Twitch-Kanal, meine Nase juckt, Grey's on Warfare sehen, wir werden in den Tarkov-Killer reinschauen. Ich bin ja im Discord der ganzen Creator mit drin, mit absolut krass großen Creatern und wir haben das Game alle umsonst bekommen, wir haben einen Playtest davon gemacht und ich werde es morgen zum ersten Mal nach dem Playtest spielen. Und als Abwechslung zu Tarkov, wer da Lust hat reinzuschauen, macht das gerne, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ab geht's zum Showcase am 9. Juni.